Ich liebe das, wie die Masken einfach aufsetzen und dann geht der Auftrag los. Das hat einfach was. Thermalbohrer, genau. Keiner nimmt den mit. Wir können auch hier rein. Okay. Vielleicht konnte er sich nicht ducken mit dem Ding, ich weiß es nicht. Ja, der stand da schon. Nice. Ich glaube, der ist schon dran an dem Alarm. Ich sollte den Kopf hier ausschalten. Ist auch schon perfekt. Gut, hat es. Und da ist jetzt für Malbohrer dran. Da braucht man wirklich schon ein heftiges Ding, um mal in den Tresor zu kommen. Gilt es nur noch zu überleben. Bretter? Werden wir Bretter rumliegen? Wahrscheinlich auf dem Dach oder so. Na ja, ich seh die schon. Sollen sich besser gleich ergeben? Verrecken eh nur. Können wir auf die dicke Wurme wechseln. Da sitzt einer. Ich glaub, der lebt noch. Verreckt. Oh, okay. Nice, nice, nice. Der Temalbohr braucht ja nur eine halbe Ewigkeit. Alles läuft. Ziemlich zufrieden. Störsinn ist aktiv. Ich höre keinen Alarm mehr. Jetzt sollte die Kopse aufhalten. Ich fasse dir mal die Ende. Und der auch. Immer ganz wichtig, weil zwei austauschen müssen. Das sollte aber überhaupt nicht passieren. Kein bisschen. Ich komme jeden Moment in den Tresor und dann geht es ab. Na, klasse. Ich meine, müssen wir erst vorher zurück anmachen. Das Gas muss entzündet werden. Tockel, 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 tockel. Die Kugel machen mich besoffen. Röhrchen. Röhrchen. Na, verrückt, verrückt, verrückt. Und das ist tot. Mir da kommen. 290 Kunden. Genau, wenn man nichts sieht durch den Nebel, einfach mal blind reinfeuern. Ich hoffe, die kommen nicht vom Dach oder so. Gucken wir mal, was richtig fies ist oder so. Der will nicht auf den Boden. I see one of them, tot. Unfähig, wir bist zum Gate nicht mehr. Löschen quasi die ganze SWAT-Einheit aus von denen. Viel Glück, ein paar neue zu finden. Niemand wird sich nach dem Job mit uns anlegen. Immer noch eine halbe Ewigkeit. Einer hängt natürlich wieder hinter der Tür. Den werden wir einfach mal ignorieren. Oh, da stürmen die rein. Okay. Einballern. So viel Leichen und Blut. Zwei Minuten noch. Tanzt. Unverreckt. 100 Sekunden. 99 und so ein Mist. Einbruchssperre. Einbruchssperre. Oh, die Einbruchssperre. Jo. Helikopter einbauen. Oh, ich habe einen Zivilist getötet. Nein. Wie ist das denn passiert? 6000 Abzug. Oh, die kommen langsam ohne Ende. Eine Minute noch. Oh, hier ist das Tränengas. Da geht es aber nicht hin. Mal, bis das abzieht. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Kein bisschen gut. Das Ding ist gleich offen. Halbe Minute noch. Big fucking cash. Bling, bling und ching, ka ching. Komm schon, geh auf. 10 Sekunden noch. Dann müssen wir das Fenster erwischen. Doch. Offen. Offen. Okay. Boah, ist hier viel Kohle drin. Natürlich ist das traurig. So viel Geld. Hey, ich zünde es mal an. Puh. Holy shit. Alles gefilmt. Das ganze Vermögen weg. Ganze Kapital. Alter. Scheiß auf die Schließfächer. Weiß nicht, wie lange wir das filmen müssen. Keine Ahnung. Das muss, glaube ich, komplett abbrennen. Boah, das ganze Geld anzünden. Wahnsinn. Fatsche Hölle. Boah, das muss so weh tun. Da war so viel Asche. Warum haben wir die einfach mitgenommen? Wow. Man kann einfach blind draufruhen. Die kommen alle hier rein. Müssen warten, bis das Geld abgebrannt ist. Boah, wie lange brennt das denn? Tränengas. Smokegranate. Geld brennt. Weil es eben gar nichts mehr. Bam, 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 bam. Passiert. Okay. Der Haufen wird immer mal kleiner. Alter. Die kommen rein, um zu sterben, irgendwie. Already. Oh, ready? Okay. Take the recording and make a run for it unless you want to hang around for more loot. No. Du aus frühst. Fuck. Dumbshot. Man. Ah. Wir haben's gepackt. Irgendwie sei es noch schlimmer, das Geld zu verbrennen, als es nur zu nehmen. Boah, 95.000. Der absolute Hammer. Okay, ne Korte. Na, was hab ich bekommen? Oh. Knebelballmaske, die ist ja cool. Die würde ich auch gerne haben. Holy moly. Absolut genial. Mir macht das richtig Spaß, mit den Leuten hier zu spielen. Die sind richtig super drauf, muss ich ehrlich gesagt sagen. Gucken wir nochmal hier rein. Lokomotiv und so. Neue Farbe. Waffen. Richtig genial. Ich denke, wir sind perfekt ausgestattet. Und so seht ihr mal alle schöne Missionen. Wirklich genial. Okay. Dann mal auf zur nächsten Mission. Anstson. Bisschen.